Diese Blumen, das ist ja wunderschön. Ja, die Azaleen da. Hier gibt es auch Gemüse. Ein bisschen Kräuter, auch Rosmarin. Hier ist Rote Beete. Das ist Fenchel. Die Sonnenblumen, ja. Und hier ist der Kohlrabi. Die Kinder essen beide nicht viel Kohlrabi. Die herrliche Zeit, die wir gemütlich im gastlichen Haus verliebten, wird immer mit zu unseren schönsten Urlaubländern gehören. Im Osten steht unser Morgen. Wielchen Dank für eure nationalsozialistische Gastfreundschaft. Hi. Ja. Hi Eva. Hi. 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 Vielen Dank.